Luisa, weil Krebs so toll sind und Josch, weil Küssen mit irgendwem so toll ist. Wahlsprüche der NPD. Köln ist zu bunt. Ich glaube, komm rein, ist nicht fertig geworden. Kauft ist auch nicht fertig geworden. Kauft ist fertig. Kauft ist wie kauft unsere Stimmen. Kauft. Nö, ne, 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 da hätte noch ein Ausrufezeichen verpacken müssen. Und 1, 11. Und kein Frau und nix gut, ja. Und ich denke, du bist so lieb zu mir. Er denkt dann Kacke an Kacke wie kreativ. Ja, sehr kreativ. Hermann, was denkt ihr denn sonst mit Kacke? Warum, Anker. An Krakauer Würstchen. An seinen Por fest saugt vielleicht. Ja, so ein Kinderriegel. Oder an Krakauer. Oder wenn es kleiner ist, an Kinderschokolade. Ich müsste schneller als Mayo sein. Ja, war klar. Das sind Zigeuner, ey. Drei, zwei, eins. Das ist okay. Los. Die. Jetzt ist meine Tastatur schon wieder im Arsch. Könnt ihr eben... Ach, hä? Das ist nur hier so. Hä? Meine Tastatur geht nicht. Ich bin nicht gemobbt. Na mal L5. Äh, ich glaube, ich ist doof, oder? L5 ist, glaube ich, doof. L5 ist doof. Aber sie kam trotzdem nicht meine Tastatur im Po. Das war sonst nie so. Aber da drüben geht das in dem Feld, nur hier nicht. Was mache ich denn dann? Keine Ahnung. Da geht das nicht. Da kann ich tippen, wie ich will. Ich finde das ungefähr... Jetzt funktioniert... Hä? Hä? Meine Zuschauer haben das gesehen. Äh... Äh... Mh... Mir voll kreativ ist mir egal. Ähm... 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 Äh... 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 Ja! 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 Eine Wunde! Weißt du, die anderen waren zumindest seriös. Wobei, die waren schon einfach nur langsam. Aber ich wollte mal... Ich finde das nicht fair. Jetzt bin ich einmal schneller als du. Ja, bis... Mayo, bald du deines Amtes. Ja, ja, ach so, jetzt ist einmal schneller, ist der Josch sonst schneller. Ne, 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 lass das mal sagen, wollen wir nicht wissen. Äh, ZZI, oh, Gott. So, ZVI, also YouTuber, Garderole HD, Gummibär LP, Gronkh, Gooden LP und, ja, Garderole, ne? Oder falsch geschrieben. Ist egal. Die haben in Absicht falsch geschrieben. Die Beleidigung. Die Gurke. Der Gottessohn. Ja, ist für manche eine Beleidigung. Für viele ist das eine Beleidigung, ja. Ja, für Eisten zum Beispiel. Ja, der Grünschnabel. Und was ist eine Gmasse? Ja, da muss ein R rein. Ach so. Aber Gremasse schreibt man auch nur mit einem M. Ich hab ganz schnell, ganz schnell irgendwas hinschreiben müssen, dass ich überhaupt Punkte bekomme. Gurken für Lisa, Gemüseabteilung bei Nacht. Das ist geil. Geile Oma will dich. Geile Schlampen besuchen Julian. Geile Titten und Gans weg. Ja, kann weg. Und der Julian hat sich bei dem einen Titel wie gedacht, ach das wäre schön. Der Essen ist fertig geworden, der Titel. Penis synonym. Der Gurkenstab, der Gummischwengel, die Gurke und der Grünstab. Was ist dein Grünstab? Ich hab irgendwas hinschreiben müssen. Ich wollte die Gurke einfach nicht nochmal ohne irgendwas. Ein Grünstab ist Umschreibung für Gurke. Ort, wo es jetzt nicht so gut ist. Der Garten, die Gummizelle, das Gartenhäuschen. Warum die Gummizelle nicht? Naja, da titscht man überall ab. Das ist blöd. Das könnte man tun, je nachdem wo du da abtitschst. Aber das schaukelt sich dann so gegenseitig auf. Ja eben. Die grüne Wiese und die Garage. Unnötige Superkraft. Glashäuser mit Steinen bewerfen. Den Garten umpflanzen. Griechisch rückwärts sprechen. Geiles Fernsehen produzieren und gurgeln. Gurgeln kann man aber. Ja, ja, ja. Die erste Tat als Weltherrscher. Glashäuser mit Schweinen bewerfen. Gronkh abschaffen. Was? Was? Griechisch essen. Und Gaming? Ja, Gaming. Aha. Ich bin geil, weil geil eben geil macht. Weil Gisela geil ist. Weil Gurken lang sind. Josh, steht Luisa öfter alleine in der Küche? Selten. Es hieß immer, Josh, du kochst besser. Du gehst in die Küche, ich mach was anderes. Was da passiert, das weiß ich nicht. Ich hab ihm aber schon ein Bild geschickt. Ich schaff manchmal für meine Mutter so ehrenamtlich bei der Tafel. Eine Gurke, die hat noch in so einer Plastikfolie gesteckt und diese echt nach einer betuchten Gurke aushalten. Wahlsprüche der NPD. Geht nach Hause, gut guter Braun. Glaubt den anderen kein Wort. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Elf. Und gegen die Vernunft. Ich denke, beim Kacken an G. Wenn du einen Punkt an der gesetzt hättest, dann hätte das noch gegolten. Ja, an den G-Punkt, ne? Und an Grütze. Lecker. So, wollen wir mal bestätigen? Ja, machen wir mal. Runde sieben. Drei, zwei, eins. Eins. Go. Oh, das ist doch schön. Um. 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 Nein! Nein! Doch! Nein! Oh! Luisa darf wieder vorlesen. Oh, böser Rechtschreibfehler. Egal. YouTuber. Yatak, L-P-O-M. Ach, Omzi. Das Mayo-Jodel-LP. Der Oktopus, der James Chakoti. Oh, böser Fehler. Oh, böser Fehler. Du hättest den Namen von Links Omas Eck einfach kopieren können. Mach ich aber nicht. Sie ist kreativ. Der Yaya hat den Josh-LP-HD-TV. Und der Jay-Tag hat den Jay-Tag. Den wollte ich eigentlich nehmen, weil er kürzer war. Was ist Bayer-Tag kürzer? Nein, der Name. So, die Beleidigung. Der James hat den Katak. Das Mayo hat den Judas. Der Oktopus hat den Jude-Sack. Und der Yaya hat... Dafür müsste ich mich eigentlich schon wieder schlagen, ganz ehrlich. Ja, jetzt hast du gerade Zeit dazu. Ich muss immer überlegen, dass ich einfach viel mit Josh mache, weil sonst werde ich nicht fertig. Also, ist Josh jetzt so wie Kevin, ja? Ja. Ja. Also, Pornotitel hat der James. Ja, Tag will sie alle. Keiner kommt. Das Mayo. Junge Weiber machen's sich. Der Oktopus hat, Josh ist geil. Macht Julian geil. Boah! 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 Der Yaya hat Josh geiler Stark. Ich hab mich verschrieben. Dann muss das U weg. Julian hat jeder kann mal ran. Ja, sonst kommt auch keiner. Der Julian stottert ein bisschen beim Schreiben. Der ist aufgeregt, wenn es um solche Themen geht. Das kann ich schon verstehen. Penus-Synonyme. Jesus Maria. Das Mayo hat die Jodelflöte. Der Oktopus hat Joshs bestes Stück. Oh. Der Yaya hat geiles Teil. Und der Yatak hat die Jumbo-Stange. Boah, willst du das, was der Yatak-Jumbo-Stange hat? Boah, willst du das, was der Yatak-Jumbo-Stange hat? Boah! Woher will ich wissen, dass der Yaya ein geiles Teil hat? Ort, wo Sex nicht zu gut ist. Stille. Zirp, 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 zirp. James hat Yatak-Schlaf. Das Mayo hat Jugend-Zentrum. Der Oktopus hat den Jäger-Stand. Im Wald und so. Im Wald und so. Der Yaya hat Juttas Wohnzimmer. Und der Yatak hat nichts. Ja. Unnötige Superkraft. James Jacote meint, dem Yatak eine Freundin besorgen können. Dass Mayo Jungs zu Mädchen machen. Wieso sind Mädchen einfacher? Der Oktopus hat Jodeln. Der Yaya hat Josh hochheben. Und der Julian hat Julians verschwinden lassen. Oh mei, die finde ich gar nicht so unnötig, die Superkraft. Ich wollte das sagen. Ich müsste eher Marios verschwinden lassen. Ja, aber M ist ja nicht dran, mein Schatz. Ja, richtig. Die erste Tat als Weltherrscher. Der James würde gerne den Yatak zu Frauenminister ernennen. Vielleicht lernt er ein paar kennen. Dann kriegt er mal eine ab. Merkel oder so. Weißt du? Das Mayo würde gerne Jungs an die machen, nachdem er sie in Mädchen verwandelt hat. Oder vorher? Mhm, vorher. Also ich habe nichts. Der Yaya würde gerne die Joshes Kanapen erlöschen. Und der Yatak würde jodeln. Ich bin geil, weil... Da bin ich nicht fertig geworden. Ich bin geil, weil... James ist geil, weil... Yatak. Da bin ich nicht fertig geworden. Ich wollte eigentlich schreiben, Yatak mich unsinnlich berührt hat. Aber... Der Klassiker. Dass Mayo Yatak ist... Oh Julian, guck mal, das ist ein Kompliment. Das kannst du Mayo doch verzeihen. Ich habe nichts. Und der Yaya hat... Er ist geil, weil der Josh so geil aussieht. Ähm... Also Josh bist du... Du guckst dich im Spiegel an und dann macht's auch wieder Lamla Deng. Ja. Walsprüche der NPD. Der James hat da nichts. Das Mario hat jeder liebbraun. Der Oktopus hat nichts. Und der Yaya hat... Josh ist weniger deutsch, als ihr denkt. Ausrufezeichen 1. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Tim, du bist weniger deutsch, als man denkt. Als wie man denkt, bitteschön. Aber du hast das Abschieben vergessen. Ähm... Ich denk beim Kacken an. Ja, Takt und Jot. Denkt an nichts. Das Mayo denkt an den Julian. Der Oktopus denkt an nichts. Der Yaya denkt an... Ja. Der Yaya denkt an... Der Yaya denkt an... Nichts. Ja, das war gut. Ja, ja, gut. Ja, ja, gut. Das kann man doch... Das kann man doch so machen. Ja, das kann man doch so machen. Das... Uh... Äh... 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 Alter, was ist das für eine Scheiße, ey. Äh... Äh... Ist der Beinahe fertig gewesen. Da war er auch Beinahe fertig gewesen. Wer hat das abgeschickt? Naioh... Head up! Oh, ich ich habe mich jetzt! Jetzt muss der ja ja, vorlesen. Zaubermann bei YouTube erzeugt und umschubst halt gehen Oma macht er doch prägt oder sowas ja ja genau das ist der Präckchen das war dann haben wir Prozent Tietchen Jo erst mal in 4 Kader ja der Urlaub an die E-Kader 50 Euro nein dass das wäre er ist er die schwäbische Version von dem das will niemand so kennt ihr U-U-Ruluru LP nein das ist dieser Berg an Australien diese U-U-Luluru das heißt aber nicht U-U-Ruluru das ist mir egal Rechtschreibfehler ist mir egal UnsinnLP beschreibt seinen eigenen Kanal ja natürlich Umschubser U-Fuck nein Ufuk also der Name Ufuk Ufuk ist ein Name? ja das gibt es auch als Beleidigung ey du Ufuk ey Echt? man schreibt es glaube ich anders hierzulande nicht aber hier schreibe ich Ufuk und man kann Ufuk auch in Ufuk kreativ ey du 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 boah es ist ein Highlight so euer Pornotitel und morgen geht's von vorn los bis quals kommt krass ja das ist frei nach dem Motto Anlauf statt Gleitgrem das ist auch die Chokotanschein ganz gerne Aua Ula einem reichte Willen Uschis okay Uschis feuchte Muschi erwartet dich ja siehste siehste Luisa und ich wir haben uns abgesprochen ich hör mit Uschis auf und sie fängt mit Uschis an so und ich hab mir gedacht ob man das schreiben kann oder nicht aber unser kleines Familienalbum ist schon ist schon sehr grenzwertig das sind wir schon im Saarland also das ist schon wie unsere kleine Farm um